Was ist das Robert-Koch-Institut? Das Robert-Koch-Institut ist ja eine Bundeseinrichtung. Das geht zurück auf eine preußische Einrichtung aus dem Jahr 1887. Robert Koch war bis 1904 der Leiter dieser Einrichtung. Das ist immer in einer Bundeseinrichtung geblieben, die ganze Zeit über. Und es ist heute noch, die Vereinigten Staaten haben etwas Ähnliches nicht. Es gibt in jedem der Einzelstaaten zwar eine Behörde, die zuständig ist für Katastrophenschutz und für auch die medizinische Überwachung solcher Ausbrüche. Aber das Einzige, was es in den Vereinigten Staaten gibt, was vergleichbar wäre dem Robert-Koch-Institut, ist eben die Johns Hopkins Universität, von der wir ja auch immer diese leicht abweichenden Infektionszahlen bekommen. Das ist allerdings eine private Universität, nur haben die schon aus den Zeiten der SARS-Infektion ein entsprechendes Forschungszentrum und sind darauf eingerichtet, eben da mitzuarbeiten, auch Zahlen abzurufen aus den verschiedenen Bundesstaaten, auch weltweit. Und das ist die andere eben verlässliche Quelle für Informationen, die wir momentan haben. Die Vergleichbarkeit ist da und dementsprechend auch das etwas Chaotische, wie das jetzt gerade läuft. Also die Maßnahmen, die getroffen worden sind und noch getroffen werden, gleich in einem ausgesprochenen Flickenteppich. Es hat jede Stadt und auch jedes County, also jeder Landkreis durchaus das Recht, eigene Bewegungsbeschränkungen, Ausgangssperren und ähnliches, Schließungen von öffentlichen Einrichtungen, Schließungen auch von Betrieben zu verhängen. Das machen die auch. Manche fahren damit auch ganz gut. Kalifornien hat sehr früh angefangen, Ausgangssperren zu verhängen und eben ähnlich wie bei uns hier da auf sozialen Abstand zu pochen. Die haben entsprechend geringere Fallzahlen, jetzt momentan auch geringere Ausfallraten, geringere Todeszahlen. Ansonsten ist das eine Sache der Staaten und man sieht auch sehr stark, dass die Staaten dort jetzt zum Teil sehr hilflose Maßnahmen ergreifen, um da irgendwas zu erreichen. Also Rhode Island beispielsweise lässt keine Leute aus New York mehr rein. Die müssen für 14 Tage in Quarantäne. Nur gibt es dann natürlich keine Grenze, an der man das tatsächlich vernünftig überprüfen könnte. Er kann, wie er es jetzt getan hat, schon vor einiger Zeit einen Einreisestopp für Leute aus Europa und auch aus Asien verhängen. Nationalen, eben an den nationalen Grenzen und Flughäfen. Er kann, wie er es gemacht hat, ein altes Gesetz aus dem Kalten Krieg aus der Tasche ziehen, mit dem er bei General Motors etwa dazu verpflichtet, jetzt dann Beatmungsgeräte herzustellen. Das wird vorneweg mindestens ein halbes Jahr dauern, bis dass die überhaupt die Produktion darauf umstellen können. Also das wird manchmal so verglichen mit der britischen Regierung, die dann 1940 die Autofirmen darauf einschwor, stattdessen Spitfires herzustellen. Ja gut, das waren rein mechanische Geräte. Da reden wir nicht von diesen hochkomplexen medizinischen Apparaten, wie das so eine Beatmungsanlage darstellt. Schlechte Aussichten. Es ist zwar so, dass der Bund, auch eine Sache, die Trump dekretiert hat, der Bund den Test, die Kosten für Tests übernimmt jetzt, aber die Kosten für Behandlung beispielsweise, da bleiben die Leute doch dann wieder drauf sitzen. Das amerikanische Notfallmedizinsystem ist im Wesentlichen durch die freiwilligen Feuerwehren und durch die Berufsfeuerwehren bundesweit abgedeckt und in den Einzelstaaten. Ich war selber 2012 Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr in Oregon, als ich da ein Semester lang unterrichtet habe. Jeder einzelne der Einsätze, die ich mitgefahren habe, war eine medizinische Hilfeleistung. Also insofern, das ist sozusagen das Notfallsystem, weswegen es in den Vereinigten Staaten überhaupt noch funktioniert mit der Gesundheitsfürsorge. Heißt aber natürlich, wenn sich die Leute nicht leisten können, sich behandeln zu lassen, werden sie entweder hinterher auf einem unglaublichen Schuldenberg sitzen oder sie trauen sich gar nicht erst ins Krankenhaus zu gehen und sterben bei sich zu Hause. T funktuell Volker T funktiviert Ich Jurbeень T treue und sch эффchemist